Und heute haben wir eine Spezialaufgabe, oder Simon? Ja. Was haben wir für eine Aufgabe? Essen darf ich nicht. Auf jeden Fall. Genau, und wir sitzen in der Jury. Und zwar beim Zillertaler Barbecue-Verein. Und das Ganze befindet sich hier im Chaffee-Sol. Legendär mit 168. Das sind so Scherz. Und da bauen sie schon auf. Oder da haben sie schon aufgebaut, Freunde. Simon, sag was dazu. Da rechts unten, schau, da haben sie drei Grillerschnür. Da geht es auf gleich los und auf einmal kosten. Und da haben wir schon einen von den Chefleuten hier. Nein, die sind nur beim Buckeln, Freunde. Das schaut euch das an. Und da geht es auf die Runde. Da gehen wir nachher rüber, wenn es so weit ist. Das schaut doch wohl mega aus, oder, Freunde? Ja. Du hast selber gemacht, die Soßen drinnen. Alles selber gemacht. Und was ganz wichtig ist, regional, alles von der Gegend. Alles einheimisch. Nichts importiert, sondern alles von da. Also, schauen wir gleich weiter. So, Leute, und das ist Chabeso hier drinnen, gell, Freunde? So, ähm, da sind sogar noch ein Tartautomaten hier drinnen. Tschüss, Freunde. Da kann man tarten. Tarten kann man da. Oh, yee-haw! Oh, yee-haw! Das war doch wirklich. Tarten kann man da. Und da ist die Priska, die kümmert sich besonders um ihre Kunden. Ja, natürlich. Schau, die Staffotografin ist auch hier von Zillertal. Übrigens, der Janine könnt auf Instagram folgen. Unten ist der Link für Instagram. Lass dir ein Follower da. Auf meinem Fotografie-Account. Auf meinem Fotografie-Account. Fotografie-Account, dann häng ich da unten rein. Ja, Janine, was du findest? So, Patrick, wie schaut's aus? Ja, danke fürs Kommen. Ja, wir haben mit dem Schapesa einen Gehilfverein mit Zillertal der Barbecue zusammen. Und haben gesagt, okay, wir wollen die Gäste auswählen lassen, welche Rippelen werden dann serviert, alle Monate, einmal im Monat. Das sind alles Fleisch vom lokalen Metzger, fein mariniert, über 18 Stunden gegart, oder? Jetzt sind wir dabei, die Soße aufzutragen, die sich dann natürlich stellen, oder? Das sind so richtig heiße Jungs. Unten habe ich da einen Link dabei, da könnt ihr die Jungs auf die Seiten schauen, was sie haben in Social Networks, Social Media. Überall sind sie natürlich auch vertreten, das schaut ja richtig cool aus. Ha, Freunde? Was sagst du dazu? Simon? Simon! Heiß, heiß, heiß. Ja, immer heiß. Was sagst du dazu? Gut. Was gut? Man sieht dein Gesicht nicht mehr. Ich will kurz pissen. So, geht's weiter? Und was ganz wichtig ist, es ist alles aus regionaler Küche, gell? Alles regional da. Regional bezogen, Fleischhauerei Mauracher in Fügen. Noch einmal. Fleischhauerei Mauracher in Fügen. Genau, alles regional. Kümpern zur Stadt dann. Aber das ist so, Freunde, das schneiden wir gar nicht raus. Schau, der Chris ist auch ganz fleißig. Schauen wir mal, was der da tut. Das ist schon so quasi die Vorarbeit, oder? Ja, da haben wir die Schweinsripperl vorgelegt. Mit einer ganz einfachen Würzung. Da wird man unsere Marinaden alle durchprobieren können, damit die Schwerie auch alles gekriegt wird. Jetzt haben wir die Rinsripperl an. Schau dir mal das an, Freunde. Mega Fleisch, okay. Und Dinkelbrot, Knoblauchbrot dazu. Und auf geht's los, ne? Auf die Sorge starten wir. Und wir haben ja heute ehrenvolle Aufgabe, auch mit in der Jury zu sitzen, Simon. Das heißt, wir verköstigen das Ganze dann und müssen dann unser Feedback abgeben, oder? Ja. Richtig, das wollen wir dann machen. Also, Freunde, schau dir mal. Unbezahlte Werbung natürlich, nicht vergessen, gell? Was haben wir da? Einen Rössle. Nicht nur einen, sondern wir haben mehrere Rössle. Rössle. Alles eigentlich Rössle, gell? Die sind alles Rössle-Griller, oder? Alles Rössle. Wir haben alle verschiedene Griller. Und Smokas. Mega. Entschuldigt das Video. Wartet drauf. Wir dürfen in der Jury sitzen, da sind wir noch nie. Und dann werden wir das Ganze dokumentieren, kommentieren und werden uns ein Feedback dazu abgeben. Wir suchen dich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020